Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 One Vision im Live-Let's-Play. Fürsure at him. Da wie auch immer es auf Deutsch mal hieß. Überzeuge ihn. Überzeugungsarbeit, genau so hieß das. Cain war ein Feigling und ein Verräter, der vor langer Zeit den Glauben verlor in die Reinheit des Tiberiums. Sein gewaltsames Ende war das Resultat seiner eigenen Lügen und Blasphemien. Und er wird hinabstürzen in den Abgrund der Hölle. Und alle werden ihn anstarren und fragen. Kann dieser Mensch der sein, der die Erde erschütterte und die Königreiche der Welt? Ja, ja, der bin ich. Ich bin der wahre Prophet der Macht des Tiberiums. Bruder Marcion wird vor mir niederknien und du, mein Kind, du wirst es sein, der sein Leben beendet. Gewähre ihm keine Gnade, weil es ihm nicht verdient. Die Bruderschaft wächst und gedeiht, aber noch kann sich der Prophet nicht offenbaren, um nicht die Aufmerksamkeit der GDI auf sich zu ziehen. Wir brauchen also einen Strohmann, der ihn vertritt. Und in seiner unendlichen Weise hat Cain den ketzerischen Bruder Marcion zum perfekten Kandidaten auserkoren. Es gibt mal ein Problem, denn kurzfürchtige Marcion hat Cain für den eigentlichen Ketzer. Überzeugen Sie den guten Bruder vom Gegenteil. Erstaunlich, Glückwunsch, Reisender. Du hast unser geheimes Reich ausfindig gemacht. Deine vielen Ehrenzeichen verraten dich als Gefolgsmann des falschen Propheten Cain. Identifiziere dich oder trage die Konsequenzen. Nee, heute nicht. Okay. Nicht übel sein Stützpunkt. Ja, aber erstmal, erstmal kurz Geld holen. Dann die Energie und dann die Hand von Nord, damit ich das Ding da oben kriegen kann. Diesmal baue ich es nicht so drauf, diesmal baue ich es direkt hier vorne hin. Noch ein bisschen mehr Strom. Bau abgeschlossen. Auswählung. Dann darfst du mal... Das Moment muss gut sein. Ah ja. Die Bruderschaft vertraut mir. Versuchen wir es. Da hinlaufen. Jawohl. Kann ich Ihnen helfen? Und du läufst da oben hin. Ja, natürlich. Ich glaube, es wird... Auch hier sollte soweit eigentlich nichts passieren, solange ich die nicht trigger... ...sollte. Betone nicht immer auf sollte. Ich speichere mal Feuer. Speichern geht vor. Ist immer sicherer. Jetzt mal baue ich die Schreddertürme eher hier hin. Nicht, dass ich die wieder hier entpflanze und dann... War sehr unvorteilhaft, das eine Mal. Sehr, sehr unvorteilhaft. Wir sind die Zukunft. Ich glaube, was wir das Ding hier platzieren. Ah ja. Neue Bauoptionen. Bauort. Bauort. Ja, auch ne Idee. Ja, warum nicht? Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Bauort. Haben die irgendwelche Ab... Stimmt, die haben die Charge-Partikel-Beams. Bau abgeschlossen. Dafür brauche ich das Gebäude, was ich noch nicht habe. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Bauort. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Bauort. Sprung. Gebäude offline. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Bauort. Gebäude online. Mehr Strom bitte. Bau abgeschlossen. Und mehr Verteidigungstürmchen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Hm. Bauort. Bauort. Ja, komm. Weiter, ne. Charge-Partikel-Beams gibt's im Kommunikations- Oh. Oh, stimmt. Ja, jetzt ändere ich mich. Bau abgeschlossen. Ja, ist doch die letzte Mission. Das ist jetzt ein bisschen her, dass ich die gespürt habe. Ungeeigneter Bauplatz. Gebäude besetzt. Neue Bauoptionen. Ach, das haben wir schon hier. Oh. Dann holen wir mal ein bisschen mehr Strom. Ungeeigneter Bauplatz. Bauort. Dann erforschen wir das. Ne, das da. Und holen wir uns das Gebäude mal. Bau abgeschlossen. Bauort. Geld und sei es, sollte ich jetzt genug Bilderzeit kriegen. Bau abgeschlossen. Eins, zwei, drei. Bauort. Ah, die Fehlingsgeschütze gibt's hier nicht. Stimmt. Hört mich jetzt auf. Ah, vielleicht ist das Upgrade noch besser. Lustig ist, dass diese Fehlingsgeschütze in, äh, Multiplayer-Spielen, sehr oft ein, äh, dieses Zielgerät verursachen können. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Warte, ne, mach ich's scheiße. Hm. Kann ich die jetzt bauen? Ne. Die P-Nuke, okay. Und es ist das Gebäude hier, was fährt? Die B-Rom-Chemie-Fabrik. Aber die, äh, Kriegsfabrik, okay. Fahrzeugfabrik. Feindliche Einheiten in Sicht. Muss ich noch bauen. Apropos bauen. Die jetzt endlich mal triggern. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Okay, dann komm mit. Natürlich. Was haben wir denn hier? Nichts anderes, okay. Hm. Ich habe keine Luft, eine Heide. Achtung, der F3. Ausbildung. Dann war das mal so. Warum nicht? Skorpion ist bereit. Upgrade abgeschlossen. Komm schon, lass dich irgendwo hin platzieren. Ein neuer Bauplatz. Versuchen wir's. Wir bauen für die Wunderschaft. Ah ja. Ist es doch eine Auktion. Baut. Skorpion ist bereit. Ich glaube, die beiden einen Sammler, die reichen komplett, um das Schläge niemals abzuhören, und dass es immer die maximale Kapazität hat. Ungeeigneter Bauplatz. Was war ich denn da? Strahlen kann ohne Einsatz bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Upgrade haben sie. Auch wenn man das bei denen nicht sieht. Skorpion ist bereit. Skorpion ist bereit. Habt man das nie gesehen, ob die das Upgrade hatten? Erinnere mich gar nicht dran. Oh. Sehr schön. Strahlen kann ohne Einsatz bereit. Das kommen so hoch. Und jetzt werden sie gleich niedergebrutzelt. Sehr schön. Ich jetzt auch alles auf Englisch. Aber wir haben, wie gesagt, 100% von daher. Ja, interessieren mich manche Bonus-Ziele und so alles dann nicht unbedingt. Okay, das ist nur für Obelisken. Fokuse ich mich auf Obelisk of Light? Auf der Rate of Fire und Range? Äh. Skorpion ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Muss ich den Unterschied dazu jetzt verstehen? Nein? Gut. Versuchen wir es. Strahlen kann ohne Einsatz bereit. Verstehe ich es auch nicht. Lominatoren ausgerichtet werden. System aktiv. Kalibrierung abgeschlossen. Koordinaten erfasst. Ich wäre es trotzdem schön bei All-Line, weil ich hier... ...einheiten habe, die das bräuchten. Findet einen Ort, der Keynes würdig ist. Ist es dort besser? Skorpion ist bereit. Jawohl. Systeme aktiv. Feindkontakt bestätigt. Guck das denn? Beschleuniger Aufragung ist bereit. Energie verstöre den Skinner, bevor ihr sendet. GDI-Verstärkung nähert sich von Osten. Strahlenkanone unterwegs. Stutt, mit die kommen wir mit Hammerherz. Verdammt GDI. Reicht. Da war ja was. Einheit wird angegriffen. Auf in den Kampf. Einheit verlobt. Systeme aktiv. Wellenlänge intensiviert. Leiter Angriff. Einheit. 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 Ah, da oben ist auf jeden Fall noch was. Das war, es müsste dort sein. Beschleuniger Aufragung kann... Zerstöre den Scanner, bevor ihr sendet. Feindkontakt bestätigt. Einheit wird angegriffen. Abrave abgeschlossen. Strahlen ist bereit. Tests beendet. Leiter Angriff ein. Kalibrierung abgeschlossen. Anzehntivision. Anzehntivision. Strahlenkanone online. Oh, die können Bodenleinheit angreifen. Strahlenkanone einsatzbereit. Das habe ich jetzt nicht gekommen sind. Strahlenkontakt ist bereit. Okay. Ziel verifiziert. Vielleicht jetzt wirklich nicht gekommen sind. Systeme aktiv. MBF. Mit. Tests beendet. Strahlenkanone einsatzbereit. Das habe ich vorher gesendet hat. Gut. So, du läufst bis da oben hin. Feuer. Strahlenkanone unterwegs. Um das Blautiberefeld abzuhernden. Wir bauen für die Bruderschaft. Tests beendet. Strahlenkanone einsatzbereit. Koordinaten erfasst. Stehle nicht neu im Ziel. Neutralisierung läuft. Feuer. Ja, er wird überfahren ist okay. Koordinaten bestätigt. Luminatoren ausgerichtet. Schrauben andere einsatzbereit. Koordinaten werden aktualisiert. Die Eilverstärkung nähert sich von Süden. Skorpion ist bereit. Ja, ja. Das wollen sie doch. Apropos. Erstens, sie kommt mal da hin. 2-1, du läufst noch oben. Okay. Ich glaube, das Gebäude wohl zerstört. Anscheinend ja da nicht. Skorpion ist bereit. Ich weiß ja ganz genau, dass hier noch die Vierum-Türme sind. System aktiv. Feindliche Einheiten in Sicht. Schleimkanone einsatzbereit. Leiter Angriff ein. Umzureichende Mittel. Ziel verifiziert. Koordinaten bestätigt. Müssten die nicht Hammerheads noch ankommen. Ne? Koordinaten erfasst. Kommt mal so davon. Skorpion noch ein Scanner. Zerstört ihn. Bau abgeschlossen. Aktiviere Wattensysteme. GDI-Verstärkung nähert sich von Süden. Feuer. Feuert. So Sieg erreicht. Kranke ohne Eintrag bereit. Neutralisierung läuft. Einheit sehr hoch. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Schön ruhig. Skorpion ist bereit. Geleitet zum Ziel. Zielerfassung bereit. Staff Panzer. Stimmt, Baukart ist jetzt die Terence. Strahlenkanone einsatzbereit. Überfall sie. Einheit wird er. Machen sie fertig. Luminatoren ausgerichtet. So, du brauchst das hier. Okay, es hat Kronen, mach hier die Hoffnung. Wir machen, was wir wollen. Und... 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 Systeme aktiv. Bruderschaft vertraut. Koordinaten bestätigt. Einheit wird... Wir halten in diesem Bereich. Gekrasse. Bruderschaft vertraut. Bereite Terminierung vor. Einheit wird um. Einheit wird um. Ach die Mann fertig. Danke. Skorpion ist bereit. Ungeeigneter Bautat. Feindliche Einheiten in Sicht. Wahrheit. Nicht besetzt. Oder... Ach ne. Flammenwerfer sind da drin. Die sind so leicht rötig. Okay, das ist interessant. Ich glaube, bei der Schwarzen hat allgemein die Gebäude mehr rötiger als bei der normalen Nod. Was brauchen Sie? Würde schon mal ganz so dreist jetzt behaupten. Und dann gehen wir gleich mit dem Bauhof da nach oben hin. Eins will ich noch hinbauen. Dass der wenigstens auch mal herangegriffen wird. Oder zwei. Mal gucken. Okay, machen wir zwei. Hat mich überzweifft. Und ungeeigneter Bauplatz. Strahlenkanone einsatzbereit. Okay, die bauen sie schon. Das hier wird ich abgebaut. Aber das hier wird ganz langsam nur abgebaut. Skorpion ist bereit. Ungeeigneter Bauplatz. Und das ist so vollkommen in Ordnung. Natürlich. Versuchen wir es. Skorpion ist bereit. Dann bau dich mal da hin. Versuchen wir es. Tests beendet. Und hier kommt jetzt einfach mal. Fündlich hoch. Arbeiten wir. Ich kann helfen. Kann Ihnen helfen. Arbeiten wir zusammen. Was gibt es? Skorpion ist bereit. Lominatoren ausgerichtet. Fokussiere Lichtbündel. Gebäude besetzt. Neues Olos Ziel. Martions Statuen sind nichts als Monumente seines Hochmuts. Zerstören Sie sie. Hochmut kommt vor dem Fall. Strahlenkanone online. Strahlenkanone einsatz. Kalisierung abgeschlossen. Wellenlänge intensiviert. Ah, du bist noch nicht da. Nein, 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 nein. Bringen wir es hinter uns. Wir verstecken uns dort. Jetzt. Das war es dann wohl. Tests beendet. Energiestall wird just die Wellenlänge intensiviert. Da oben haben sie einiges an Einheiten. Einheit befördert. Einheit verloben. Scorby, die sehen auch etwas anders aus. Einheit oder Einsatz bereit. Wir machen auch andere Upgrades. Ja und hier. Scorcher Buggy. Fokussiere Lichtbündel. Einheit wird angegült. Neue Bauaktion. Bau. Aktiviere Waffensysteme. Strahlenkanone einsatzbereit. Nachbar. Unser Stiftpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Strahlenkanone einsatzbereit. Bau. Da wird ganz, ganz viele Schwerder drüber in den Borden. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Strahlenkanone einsatzbereit. Dass der eine immer noch unbesetzt ist. Das wundert mich einfach. Dass das durchging. Normalerweise ist jeder davon besetzt. Strahlenkanone einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Bau. Wohlverschliffpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird gewahrt. Strahlenkanone einsatzbereit. Ich habe noch gesehen, dass er irgendwo gehen kann. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Schwarz. Na dann, der jetzt schafft er schon. Luminatoren ausgerichtet. Unverschließt vom Wind angegriffen. Bau abgeschlossen. Boah. Boah. Hooper. Boah. Bis du nah genug ankommst. jetzt werden sie abgeschossen jetzt ist es zu viel Infanterie überall Koordinaten erfasst schafft er schon die machen einfach so einen das ist absurd wieviel Schaden die machen können wenn sich nur 20 auf ein einziges Ziel konzentrieren ich frage mich noch ob der Angriffsbefehl jetzt geht weil vorher war das mal Angriffsbefehl hast du nur hingeschickt und dann wollten sie haben sie einmal angegriffen und dann haben sie sich nicht weiter vorbegriffen genau das hier gehen nicht weiter fort aus welchem Grund auch immer immer sehr nervig gewesen aktiviere Wattensysteme Luminatoren ausgerichtet Optik aktiviert so und die alle mal darauf angreifen Flup ich dachte es ist einfach absurd er hat den Sammler am Sand gekriegt ok dieser böse böse Sammler Einheit wird angegriffen Energiestrahl wird justiert Optik aktiviert Guck mal einer hat über so grube er lebt noch das ist der Sponsor Skorpion ist bereit Tod könnte ich hier das auch noch holen Kalibrierung hat geschlossen zu sich äh Strahlkanone einsatzbereit Luminatoren ausgerichtet Leere mich neuem ziehen Skorpion ist bereit Feindkontakt bestätigt Feindkontakt bestätigt Ah die wollen jetzt grad nicht angreifen Wollen wir nochmal Strahlkanone einsatzbereit Ungeeigneter Bauplatz Ungeeigneter Bauplatz Ungeeigneter Bauplatz Silos benötigt Gebäude verkauft Ungeeigneter Bauplatz Skorpion ist bereit Sehr schön Ausbildung Ausbildung Ja komm Kalibrierung abgeschlossen Und weg damit Und weg damit Selbst die sind rot Oh Black Cloud Guck Luminatoren ausgerichtet Strahlkanone einsatzbereit Neutralisierung läuft Einsatzziel erreicht Kalibrierung abgeschlossen Guten Tag Wir regeln das Strahlkanone einsatzbereit Entfange Nachricht Marcion flieht Zerstören sie seine Eskorte Dann haben wir diesen Ketzer Jo Der haut ab Feigling Strahlkanone online Koordinatoren sind bereit Er schafft das eh nicht lang vorbei Von daher Strahlenkanone einsatzbereit Und so Einsatzziel erreicht Na schön Meine Gefolgsleute Kane braucht Marcion lebend Bringen sie seinen Transporter zum Exfiltrationspunkt Jojo Na dann Und gleich ist er da Einsatzziel erreicht Strahlkanone ist bereit Geheimdienstdaten aktualisiert Da ist die Eskorte Mission erfolgreich Stealthpanzer einsatzbereit Strahlenkanone einsatzbereit Sehr schön haben wir es geschafft Dann war es das mit der Folge Vielen Dank für zu sehen Falls euch der Part gefallen hat Das war ein Like da Und wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder Bis dahin Cheerio 10 10 10 10 11 10 10